Geist reiberes Schnittbrot! Luft! Schnittbrot! Schnittbrot! Geist entlang! Gürste! Neuer! Gürste! Neuer! Gürste! Neuer! Oh, 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 oh! Meine lieben Lehrerinnen und Herren, herzlich willkommen heute hier zum Rosenmontag auf unserem schönen Markt. Schön, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, am 11.11. Schlüssel übergeben. Ihr habt das gut gemacht. Als Namen haben wir es als die in Berlin. Aber wenn man sich 63 Grad rumbrotiert, dann können Sie sich auslösen und sagen, vielleicht wird es da besser. Insofern, ich wünsche euch noch einen tolle Restgesang im Rosenmontag und lasst es richtig krachen. Das war's. 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 mit der Magistin Rosenmontag in Pösneck Die Nahen haben das Rathaus übernommen Aber es ist einfach großartig Es waren glaube ich noch nie so viele Leute zum Rosenmontag auf den Markt da Das ist noch ausbaufähig, aber ich denke mal wir sind auf einem guten Weg Heute allen einen schönen Rosenmontag Ja, wir Schleusenfrösche sind auch dabei hier zum Rosenmontag Kleiner Umzug durch Pösneck Nachdem wir gestern Dullendorf geschafft haben fast vollzählig Der ein oder andere liegt noch im Bett zum Ausnüchtern Ja, wir freuen uns, dass in Pösneck hier mittlerweile zur Tradition so ein bisschen geworden ist und dass jedes Jahr der ein oder andere mehr wird und wie vorhin schon gesagt wir hoffen, dass es noch mehr werden und dass wir irgendwann Neustadt Dullendorf Konkurrenz machen können Ein wunderbarer Rosenmontag hier in Pösneck auf dem Marktplatz und es werden immer mehr das freut mich ganz besonders eine schöne närrische Zeit hier in Pösneck Ich wünsche allen eine wunderbare Karnevalszeit und einen super Fasching für dieses Jahr und alle Galaabende, die noch stattfinden nutzt sie reichlich und kommt zu euren Vereinen die freuen sich auf eure Teilnahme Die Grundschule in Pösneck-Ost Die müssten sie mal sehen Sanierungsstau seit vielen Jahren Hier blieb die Zeit wohl stehen Das Landratsamt im Oberland Ein Grundbau vor dem Herrn Ruhige Lage, Stau, sie blickt Hier arbeitet man gern Die Lehrern und das Schulsystem Ist nicht deren Problem Denn die Sonne, die stein hell Und die Regen Youthbau Ab Arbeitsmarkt, das wisst ihr ja Ist es zurzeit ne Qual Da gibt's kein gut gebildetes High-Endfach-Personal. Der Bundestag zeigt, wie es geht, macht es euch nicht so schwer. Für Arbeit made in Germany braucht man keinen Abschluss mehr. Der Strom, das Gas-Immun-System, ist nicht deren Problem. Denn die Sonne, die Stein hält, und der ist blau. Die Gartenschau im Orlertal, da können wir uns freuen. Der Landesvater rammelt und tut keine Kosten scheu. Was für die Städte übrig bleibt, darauf sind wir gespannt. Gemeinsam schaffen wir das Schuld mit Herz und mit Verstand. Die Schulden-Niederhaltigkeit ist nicht deren Problem. Denn die Sonne, die Stein hält, und der ist blau. Die Gartenschau im Orlertal, der ist blau. Die Sonne, die Stein hält, und der ist blau. Die Gartenschau im Orlertal, der ist blau. Zum Brewe mag ich nicht mehr, da gibt's kein Rosenkreu. Produkte unserer Heimatstadt, dem bleib ich immer treu. Gelee, Banane, Bier und Forst, die Form, denn diesen Mann zumindest unterhalb vom Kopf, wie man hier sehen kann. Die Gartenschau im Orlertal, der ist blau. Die Gartenschau im Orlertal, der ist blau. Die Gartenschau im Orlertal, der ist blau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017